Wir heißen herzlich willkommen bei Hauspartyxwert, den besten Eimer ever! Jonas Ems! Bist du wirklich nüchtern? Bist du nüchtern, Bernhard? Ja. Dann tut es mir unfassbar leid. Das erste Team ist jetzt bereit, um Jonas Ems zum Lachen zu bringen. Jonas Ems ist der lustigste Comedy-Tik-Toker Deutschlands. Ich werde es schon versuchen, den anderen das natürlich schwer zu machen. Aber ich auch will, dass die sich zum Affen machen, so gut es geht. Und ich glaube, das wird schnell gehen, wenn die gut so ist und geht schnell. Drei, zwei, eins. Scheiße. Ich habe ja noch nicht mehr angefangen. Und ganz plötzlich, mitten aus dem Nichts, erscheint eine Fee. Ihr habt jetzt beide drei Wünsche frei. Alle drei von euch jeweils drei Wünsche. Freunde, ich weiß nicht so genau, aber ich glaube, ich habe mir nur Scheiße gewünscht.